Bulgarien ohne Zensur ist eine rechtspopulistische Partei in Bulgarien. Sie wurde im Januar 2014 von dem ehemaligen Fernsehmoderator Nikolai Barekov gegründet. Die Partei ist nach einer gleichnamigen Fernsehsendung benannt, die Barekov von 2010 bis Sommer 2013 präsentierte. Bei der Europawahl im Mai 2014 trat sie in einem Bündnis mit der nationalistischen IMRO an und erreichte 10,7% der Stimmen und zwei der 17 bulgarischen Sitze, von denen einer an BBZ und einer an IMRO ging. Für BBZ zog der Parteivorsitzende Barekov ins Europaparlament ein, wo er sich der Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten anschloss. Barekov und seine Partei bedienen sich nationalistischer und xenophober Ressatimas, wenden sich rhetorisch gegen die türkische Minderheit und die Roma. Sie sorgten mit so widersprüchlichen Forderungen wie der Wiedereinführung der Monarchie und der Rückbenennung der Republik Bulgarien in Volksrepublik für Aufmerksamkeit.